grüß euch freunde herzlich willkommen hier wieder zurück porsche 996 ist noch am start hier wollte ich eigentlich so ein video machen wo ich immer mal so sequenzen aus der aufbereitung zeigt jetzt habe ich aber so viel aufgenommen dass ich mich doch dazu entschlossen habe so ein normales detailing video zu machen wo ihr sehen könnt wann abgegangen ist und dann neu am start audi rs3 der bekommt neuwagen detailing mit allem also wirklich alles lasst euch da mal überraschen wird eine kranke nummer auf jeden fall geht jetzt rein in das porsche 996 video lasst schon mal daumen nach oben da abonniert den kanal und bleibt am ball also viel spaß ist mit porsche haut rein ciao abonniere 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.